Einfach mir vertraut, danke. Okay. Zwei Leute tot, ich weiß jetzt schon, weil ich... Oh mein Gott, so schnell. Wo liegen... Also, ich war gerade noch mit dem Jacken oben rechts. Tim, welchen Schlüssel hast du? Den 18. Okay. Ich hab das gefakt, in der Hoffnung, dass jemand reinrennt. Ja, okay, okay. Das ist richtig. Also, ich war noch mit Tim Werken oben an der... Ja, ja. Eine Schlüsseltask, faken, dann bin ich nach links an die andere Task noch gegangen. Als letztes, ich bin als letztes runtergelaufen, als Trimix gerade noch gesagt hat, kann mich jemand hören, da ist er vor mir noch runtergelaufen, hab ich mir da gelaufen, aber ich hab Fiene gefunden. Also, Trimix muss noch woanders liegen. Fiene liegt direkt unten beim Arberind. 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 Labyrinth. Stim, wo warst du am Ende? Ja, ich hab dich auch nicht mehr gesehen, aber ich hab Rakete diese Ausruhzeichen weggeklickt. Also, ich würd Farbe decken, du kannst es nicht... Oder kannst du es gewesen sein? Nee. Interessant. Ja, merken wir es. Mhm, Simon, verdächtig. G-Time hat auch nichts gesagt. G-Time, bist du's? Okay. Äh, ich weiß nicht, wo ich war. Einer der Imposter hat mich gleich geworben. Vielleicht hab ich einer der Imposter geworben. Äh, nein, ich hab dich gebootet. Okay. Gibt dann aber auch so eine Freikarte für alles gerade. G-Time hat auch nichts gesagt. G-Time hat auch nichts gesagt. Okay. . Labyrinth. Was soll das hier? Was ist das? Ähm, G-Time? Können wir bitte Unge und G-Time rausworten, die sind beide im Poster? Ungewöhnlich sowas von meinem Alibi, hat noch keiner einzigen Taschen in dieser Runde gemacht. Als du beim Download warst, habe ich die Kabel links gefixt und als du runde gegangen bist, habe ich die Kabel rechts gefixt. Wie sicher bist du dir, Caruso? Weißt du, warum ich hierher gelaufen bin? Weil ich gehoffte, dass die Kills fallen, damit du siehst, dass du mich gewohnt hast, deswegen bin ich bei dir geblieben. Jawohl, du eine Poster bist. Nein, bin ich nicht. Bullshit. G-Time darf reden. G-Time darf reden. Bevor G-Time redet. Nein, nichts, bevor G-Time redet. Nein, weil Caruso erstmal mich angeschwitzt hat, deswegen muss ich doch kurz was sagen. G-Time redet, G-Time redet. Diesen Kill kann ich nicht gemacht, aber es muss Caruso befreunden. Okay, ich habe niemanden rumgeschaltet, ihr könnt jetzt reden. Bullshit. G-Time, was los? Also, ich bin da unten jetzt gewesen und ich weiß, da war erst Chef Max und dann habe ich noch, ja genau, Tim Jacken gesehen dort und da bin ich die ganze Zeit, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte am besten, im Kreis um dieses Ding herumgelaufen und dann lag da dieser Buddy, also von Tim Jacken und ich weiß jetzt nicht, wer das war, weil ich konnte den Skin nicht genau erkennen, aber es war auf jeden Fall jemand Orangenes, der neben diesem Körper stand. Also entweder Stegi oder Repass, die habe ich beide gesehen. Ich war nicht mal da, ich war nicht mal, ich war nicht mal am Ansatz da, Alter. Ich habe oben mit euch Elektriker gefixt, als die ganze Menschen traube war und bin dann nach unten gelaufen und dann habe ich nur gesehen, dass das Stegi und G-Time noch unten drin sind, Stegi ist durch mich durchgelaufen. Herr Caruso, war Simon auch bei dir, als das Lied aus war? Wer traut sich zu sagen, wer mich geworfen hat? Ja, ja, ungefähr die ganze Zeit. Also, denke wir ja nicht, aber ich glaube trotzdem, wir sind Poster. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Warum? Hört ihr mich jetzt Okay, pass mal auf hier. Ich habe hier eine Theorie, okay? Ich habe Report, darf ich nicht kurz sagen? Tell me everything you want to. Okay. Ich höre dir zu. Also, ich bin gerade von außen in den Electrical rein und ich habe noch gesehen, dass hinter mir zwei Leute mit reingegangen sind. Und dann war die Tür zu. Ich war mit dir. Und dann bin ich in den Electrical rein. Dann bin ich noch mal kurz zurückgelaufen, weil Report-Button aufgeblinkt ist und dann lag da in die Leiche. Dann habe ich sie reportet. So, und das schreibe ich. Also, ich habe hier jetzt, also ihr müsst nicht mitmachen, aber wir müssen auf jeden Fall voten G-Time, weil wenn noch zwei Imposter leben und gleichzeitig zwei Crewmates, dann haben die Crewmates verloren. Bedeutet, man muss auf jeden Fall voten. G-Time ist confirmed Crewmate, weil er das das erste Mal gesehen hat mit dem Lights Out. Reapers hat mich für den ersten Kill komplett geklirrt. Für mich sind es entweder Reaps und Chef oder Reaps und Fabo. So, ich habe jetzt Reaps gewählt, weil Reaps hat nicht gesagt, dass er sowohl mit Unge als auch mit Stegi innerhalb der letzten 20 Sekunden unterwegs war. Was? Ich habe mal kurz eine Frage. Diese blinkenden Pfeile, das sind Aufgaben, die müssen erledigt werden, damit wieder das Licht kommt, glaube ich. Genau. Das sind diese Oben-Rechts. Oben-Rechts hat es ja gerade geblinkt, da bin ich hingegangen und da ist mir Vefabo entgegengekommen. Okay. Und der hat das nicht korrigiert. Sorry, dass ich unterbrechen kann, so wie sicher bist du das G-Time, weil das ist gelogen. Ich habe G-Time die ganze Runde nicht einmal gesehen. Du bist mir durch die Türen, bist du mir entgegengekommen, weißer Skin, ich habe dich gesehen. Und du hast das nicht gefällt. Ich weiß nicht, man. Der steht das erste Mal und wenn das ist, dann hat er es verdient, weil er auch einfach ein bisschen... Ja, okay. Er war aber auch voll ein Sack mit dem Entstehen. Ey, komm. Ich wollte, ich wollte. Ich bin aber wirklich gerade vor... Ich bin gerade in Licht reingegangen und ich habe den Report-Button auch gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wo G-Time gerade meint, aber falls da meint... Von der bisherigen Info ist trotzdem am heilsten Sass Reaps. Es ist Fabo, es ist Fabo. Ich habe Reaps gewählt. Bro. Nee, dann ist es wirklich die Personchef. Nein, das ist Bullshit. Holy shit, wir sind da gerade in Licht reingegangen und haben da die Leiche Report. Wir zwei können das gar nicht gewesen sein. Oh mein Gott, ey, das ist wirklich... Das ist gut. G-Time hat... Nein, nein, es ist Reapers und Chef. Nein, Digger, Bullshit. G-Time hat auch mich gebotet. Didi. Wiederschauen und reingehauen. G-Time, das ist ganz ärgerlich. Das war nicht so gut. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Alter, ich habe euch outplayed. Alter, wie ich G-Time und Stegi unten outplayed habe auseinander. Die dachten gegenseitig, die haben die Kills, glaube ich, bin weggewendet im Dunklen. Und dann hat Stegi gesagt, G-Time hat den Kill gemacht. Dann bin ich einfach abgehauen. Ich dachte, du hättest es sogar noch gesehen. Ey Reapers. Nee, ich bin Reapers. Wurde direkt am Anfang getötet am Spawn. Und dann hättest du dir alles...